So ein süßer kleiner Lügner. Nein, wissen Sie, ich hab deine nette kleine Soiré organisiert im Haus deines Freundes. Soir was? Soiré, Schatz. Ich glaube, das bedeutet Party. Party. Wissen Sie, da gibt es Sex, Drogen, Rock'n'Roll, Ringelpizze mit anfassen und etwas peitschen. Sie wissen schon, es stinkt normale Highschool-Knutsch und Bumsorgie. Ich meine, nicht etwa so eine Sache wie Kerzenwachs auf den Nippeln oder im Sarg oder auf dem Schrank oder sowas, tja. Nein, 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 nein. Nur ein paar hundert Jugendliche, die in ihrer Unterwäsche rumrennen und sich wie völlig wahnsinnige Tiere verhalten.